Hey yo, was geht ab? Wieder bei Micros One und ihr hört's, ich bin gerade ein bisschen schlecht gelaunt. Aber dazu kommen wir gleich. Als allererstes, ich hab noch einen mitten der Leitung und zwar den Epic LP. Sag mal hallo. Hallo. Ja, und wie gesagt, zu dem kommen wir auch gleich, weil wir haben tolle Sachen geplant. Aber zuerst möchte ich euch mal noch ein paar Sachen sagen. Ich bin gerade ein bisschen angepisst aus folgendem Grund. Ich hab mir ein Programm runtergeladen, das installiert. Hat nicht so ganz funktioniert, dann hab ich es wieder deinstalliert. Bei der Deinstallation hab ich mal ganz easy alles gelöscht von meinem PC, was ich so hatte von meinen privaten Dingen. Das heißt im Klartext, meine ganzen Let's Plays sind weg. Meine Videos, meine Musik, meine Spiele und sonstiges, was auf der Festplatte noch so zu finden war. Ja, ja, scheiße und so. Das heißt im Klartext, Portal 2 kann erstmal nicht weitergemacht werden, da die Aufnahmen weg sind. Ich werde bald, nicht sofort, aber bald vielleicht wieder ungefähr an die Stelle spielen und werde dann das Let's Play weitermachen. So, dann zu VV, 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 was ich ja so schön angekündigt habe im Meat Boy Video. Und ja, das ist auch gelöscht Und ich hab einfach mal sowas und gar keinen Bock, das nochmal aufzunehmen Das tut mir jetzt ehrlich leid für jeden, der sich drauf gefreut hat Aber, nee, ehrlich nicht, das tut mir echt leid Gar keine Lust, das nochmal aufzunehmen, weil ich hatte es schon fast komplett aufgenommen Und das heißt, das Spiel kommt vorerst mal nicht Ob ich es irgendwann nochmal mache, das ist Zukunft, das weiß ich jetzt noch nicht Aber, ich hab schöne neue Projekte am Start, um mal auf die guten Sachen zu sprechen zu kommen Ich hab mir überlegt, so vorweg, so, bevor das alles passiert ist Und da kommt jetzt mein guter Freund von EpicLP dazu Der hoffentlich immer noch in der Leitung ist Klar Ja, weil ich habe mit ihm was Schönes geplant Vielleicht kannst du es ja mal sagen Ähm, ja, also, dass er halt bei mir so mitkommentiert Also wenn ich so ein paar Spiele spiele, also dass er bei mir dabei ist Ja, so war zumindest mal der Plan Ähm, wir haben jetzt noch kein genaues Spiel rausgesucht Du hattest dir Bock auf ein Metroid oder so, ne? Ja, Metroid Prime, aber müssen wir gucken Ja, wie gesagt, ich bin da auch nicht so wählerisch Ich passe mich dir auch gern an Du kannst da was raussuchen Und wenn es nicht gerade Minecraft ist, sag ich mal so Dann bin ich auch dafür zu haben Ja, so viel dazu Also ich werde bei ihm auf dem Kanal, wird das Ganze laufen Da werde ich auf jeden Fall im Spiel mitkommentieren Ja Ähm, so viel zu dem Part Ja, das ist natürlich nicht das einzigste, was ich jetzt noch vorhabe An, äh, Projekten Weil ich brauche ja auch noch was für mein Kanal und so, ne? Also, wie gesagt, Portal 2 kommt nicht und VVV kommt nicht Also hier Alternativprojekte Nr. 1 wäre da Für den Gameboy The Legend of Zelda Link's Awakening Das ich schon ewig lange nicht mehr gespielt habe Aber ein sehr geiles Spiel ist Das werde ich zocken Und zum zweiten Und da wird sich jemand bestimmt sicherlich ganz, ganz, ganz mega doll drüber freuen Und zwar Mario Brothers 3 Für den, äh, ich weiß es nicht genau, für was ich es mache Ob ich jetzt, äh, das alte mache Für den Nintendo oder für den, äh, Super Nintendo Beziehungsweise GBA Das, äh, entscheide ich dann spontan Aber auf jeden Fall Mario Brothers Nr. 3 Ähm Und ich möchte hiermit, äh, den guten Michi Mit dem extra Boom grüßen Ja, das ist, äh, extra für dich Michi Ich bin, ähm Äh, was heißt ich bin Ich, äh, hab mich dazu aufgerafft Es, äh, endlich zu tun So Äh, jetzt geht mir die Puste aus Vielleicht willst du noch irgendwas sagen Mein netter Freund in der Leitung Ähm Mir fällt jetzt gerade nichts ein Gut, äh, mir auch nisch so Also, jetzt nochmal hier das Ganze im Schnelldurchlauf Ähm, Sachen gelöscht Ist, äh, dumm gelaufen Alle alten Let's Plays, äh, weg Äh, wir machen Portal 2 auf die Liste der pausierten Projekte Ähm, machen VVV leider Gottes gar nicht mehr Machen dafür aber Zelda Link's Awakening Mario Brothers 3 Und ganz wichtig Auf dem Kanal von EpicLP Ein, äh, gemeinsames Projekt Was er noch aussucht Und ich mitkommentieren werde Punkt So sieht's nämlich aus Ja Genau Ähm, ich würd sagen Die letzten Worte gehören dir Ich tu mich hier schon mal verabschieden Ich war Micros One Ich bin etwas schlecht gelaunt Aber das wird alles noch besser Bis dahin Und EpicLB hat das letzte Wort Peace Ähm, ja, ähm Ciao Episches Ende Ähm, und ich bin noch einmal kurz da Ähm, und, äh, EpicLP ist natürlich auch immer noch in der Leitung Äh, wir waren, äh, clever und haben natürlich, äh, was ganz, ganz, ganz wichtiges noch vergessen Was wir noch sagen wollten Und das wäre, äh, das wäre was? Portal 2 Und zwar, ähm Es ist nicht nur erstmal bei Micros pausiert Sondern, ähm, wir haben auch vor Irgendwann, es steht nun nicht fest In der Split Together zu machen Aber es gibt noch kein Zeitdatum Wo wir das machen Das ist einfach nur geplant Und das wollten wir auch noch sagen Haben wir aber, weil wir so viel auch sind, gerade vergessen zu sagen Dam, 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 dam Ja, genau Ähm, ja, hat eigentlich alles gesagt So sieht's nämlich aus Wir machen Portal 2 dann Zusammen, so, ne So, der eine, der eine Roboter und der andere Roboter Und dann spielen wir zusammen So mit Portalwänden rum und so Ist ganz cool Und Aber, ähm, wer Ja Ja, sag du Nee, es gibt ja gerne das Wort Ja, ähm, auf jeden Fall Ähm, was wollte ich sagen Ach ja, ähm, es steht noch nicht fest, wie wir das hochladen Ob das nur einer hochlädt, ob es beide hochladen Das steht noch nicht fest Ja, genau, das wollte ich eigentlich auch gerade sagen Ja, wir Wir werden sehen, wo wir das dann hochladen Aber das ist ja eh noch Äh, das steht noch ein Bisschen ferner so Ich, äh Mach jetzt erstmal so meine Sachen Und dann, wie gesagt, ein Kommentar bei seinen Let's Plays Und wenn alles gut läuft Die Sonne scheint Und, äh, ich guter Dinge bin Und, äh, dann, äh, werden wir beide Äh, Portal 2, äh, Sammen, äh, Multiplayer Let's Plays Ja Ja Ähm, war's das jetzt auch wirklich? Ja, jetzt habe ich nichts vergessen Ja, gleich, äh, kommt noch ein Anhang Nach dem Anhang kommt noch ein Anhang Nee, Spaß Wahrscheinlich, ja Nee, das müsste es eigentlich jetzt gewesen sein So Ja, das war alles Ja, ich, äh, verabschiede mich dann nochmal Äh, bedanke mich Ja Bei meinem, äh, netten Mit-Moderator bei der Ansage Kein Problem Und würde sagen Wir sehen uns dann bald mit neuen Projekten Bis dahin Und Püß Ciao Ciao